die neue woche hat begonnen und es könnte zur angebotswoche beim dax werden wir sind doch eigentlich ganz guten mutes was den dax angeht oder die märkte insgesamt wir sind immer noch im bullischen bild auch die jüngste aktion der jüngste aufwärts arm macht einen guten eindruck wir haben häufig jetzt in der letzten zeit darüber gesprochen da ist noch nichts irgendwie doofes passiert jetzt kommt der markt ein bisschen runter in den letzten stunden das wiederum finde ich allerdings gar nicht so unattraktiv können uns mal das ein bisschen genauer angucken noch mal so zur orientierung das war das tief im märz die aufwärtsbewegung der rücksatz habe es ungefähr da wo es durchaus nicht untypisch ist wo wir auch eine ganze reihe unterstützung hatten also ein dreh nicht so sehr unrealistisch ist seitdem ist der kurs stark gestiegen hervorragend und anschließend seitdem hoch das ist das was ich angesprochen habe die letzten stunden weil die sehen ja gar nicht so doll aus doch eigentlich schon wir hatten in der letzten woche darüber gesprochen ich mache diese linien noch mal weg hier dass wir ausgehen vom tiefsten punkt bis zum für uns damals noch unbekannten höchsten punkt jetzt wissen wir wo der höchste punkt aktuell ist das kann sich natürlich irgendwann wieder ändern im moment ist das allerdings der höchste punkt also wir messen von da nach da dann kriegen wir hier so ein paar hibonacci linien und wir erinnern uns klassischerweise ist so ein rücksetzer irgendwo in diese kiste rein also das ist nicht zwingend dass es genau so ist es nicht zwingend dass es immer perfekt ist aber das wären durchaus klassische typische rücksetzer ihr seht ich habe das gar nicht so millimetergenau eingezeichnet weil mir ist gar nicht so sehr darauf ankommt dass das hier exakt die fibromarke ist das ist eine orientierungsmarke natürlich wird das häufig ziemlich genau angepingt und deshalb achten auch viele drauf a guck mal ist er jetzt an der marke aber es geht mir hier eigentlich nur darum dass ich so eine größenordnung ist dass hier eine zu kleine korrektur dass hier vielleicht eine zu große korrektur und so als ungefähre daumen regel es ist das eigentlich ganz praktisch wir hatten das hier im übergeordneten ich zoome noch mal kurz raus das war diese große blaue box die bezog sich auf den gesamten anstieg hier seht ihr die erste die zweite und die dritte linie wie gesagt es geht nicht manchmal wird die pünktlich angepingt und auch die ist jetzt nicht super weit weg aber darum geht es nicht dass es exakt sein muss das sind nur erstmal in diese zone sollte es idealerweise gehen wenn es eine hinreichende korrektur ist so das vorausgesetzt hätten wir eigentlich den fröhlichen wunsch vom wunsch oder wie auch immer ihr es bezeichnen wollt dass der kurs irgendwie da rein rutscht und das wäre ungefähr 15.900 und ein bisschen vielleicht 30 auch noch irgendwie sowas beim index jetzt das ist jetzt hier der dax index den wir uns jetzt tatsächlich angucken also da irgendwie rein und die unterseite der box ist 15.900 entschuldigung 15.700 sag ich mal ja es ist ein bisschen oberhalb 710 700 vielleicht auch vielleicht sogar noch runter bis 700 also da ist die wie gesagt die darf auch ein bisschen tiefer sein also so ein millimeter arbeit ist es nicht aber das ungefähr würde ich wahnsinnig gerne sehen tatsächlich ist das was wir hier haben allerdings natürlich auch schon eine korrektur und es ist bisher die größte in diesem anstiegsszenario deshalb für jemanden der es überhaupt nicht abwarten kann wäre das ein möglicher einstieg einfach das zwischenhoch hier zu nehmen ihr seht dass das hier so ein bisschen andeutungsweise a b c ist profis die das schon länger bei mir mit angucken die werden sagen aber ist nicht die gefahr dass das zu klein ist eigentlich das heißt dass die korrektur möglicherweise nicht fertig ist und jetzt zeige ich euch eine ganz verrückte geschichte nämlich a b c runter a b c hoch und anschließend in diese kiste rein und das ist nichts anderes als das was wir hier mehr oder weniger hatten in diesem fall und damals hatten wir auch eine seitwärtsbewegung da gibt es zwei varianten nämlich entweder straight runter das wäre dann ein flat oder a b c runter das sind double sideways beides geht also ich hätte hier hinten auch dreiwellig zeichnen können das wäre vom effekt her das gleiche und ihr seht also das ist jetzt nicht irgendwie das habe ich noch nie gesehen das gibt es nicht sondern da seht ihr ja gut das ist scheinbar etwas was es auf verschiedenen zeitgrößen immer wieder gibt und damit muss man rechnen das ist der grund warum ich ungerne an dieser stelle wenn wir nicht die blaue kiste erreicht haben warum ich an dieser stelle nicht long gehe natürlich das will ich euch nicht verheimlichen kann es sein dass der kurs das macht es gibt korrekturen die einfach gegenüber den typischen korrekturen zu kurz sind dann ärgert man sich schwarz boah wäre ich mal eingestiegen hier an der stelle und das ist nicht unser typisches verhalten weil wir statistisch eben davon ausgehen müssen dass wir eigentlich realistisch zumindest also vorsichtig wir müssen davon ausgehen heißt nicht dass es zwingend so passiert das ist etwas was viele einfach ganz schwer von der oder sich schwer tun damit weil man eben sagt ja was passiert denn jetzt wir wissen das nicht ich kann das nur immer wieder betonen weil das häufig auch vorwurfsvoll ein vorwurf an die charttechniker ist oder die elliot analysten ist ja ihr wisst ja auch nicht was passiert genau das ist richtig wir wissen einfach nicht was passiert aber wir können das wissen hier um nutzen um eben zu verstehen wollen wir den trade machen oder eben nicht sprich wenn ich hier long gehe muss ich damit rechnen dass der kurs verhungert und wieder umdreht muss dann also wenn ich hier long gehe entweder ein stop haben der so weit weg ist dass ich diesen rücksetzer überlebe das wäre zum beispiel hier unten bei 15.625 sag ich jetzt mal oder 15 das wäre mir zu weit weg das gibt keine schönen chance risiko verhältnisse oder ich muss es so eng hinterher ziehen dass ich zumindest mal nahezu plus minus ich muss nicht positiv rauskommen denn wenn das fünf mal gut geht und vielleicht zehn mal nicht gut geht und ich jedes mal nur so kleinen verlust mache aber dann in den guten fällen viel gewinn mache dann geht das auch auf das ist schon in ordnung das muss ich aber wissen das muss ich akzeptieren also für uns ist das kein einstieg den wir nutzen das heißt nicht dass das nicht passieren kann das ist also absolut möglich das kommt auch immer wieder häufig vor aber ich finde die gestaltung also sie entspricht nicht unserem handelsansatz da jetzt rein zu gehen wenn ihr aus der sorge etwas zu verpassen es aber trotzdem machen wollt dann solltet ihr damit rechnen dass eben als mögliche antwort dass hier noch kommen kann dass wir eben rein kommen sprich ihr solltet euch ernsthaft überlegen den stop zumindest mal wenn ihr hier weiter nach oben geht ein bisschen nachzuziehen damit ihr nicht mehr so volles risiko habt und dann könnt ihr sagen ach komm was soll es entweder es klappt jetzt dann ist gut oder es klappt nicht dann fliege ich halt wieder raus aber im verhältnis chance risiko ist das in ordnung ihr seht schon die eigentliche fähigkeit eines händlers ist eine ganz andere als man sich das häufig vorstellt häufig denkt man ja du hast doch gesagt dass das und das passiert ihr braucht überhaupt keine rücksicht darauf nehmen was ich sage was passiert da ist keine mehrheit oder kein kein sicherheitsgehalt dahinter dass das dann tatsächlich so passiert und damit stehe ich nicht alleine da das ist also bei allen technikern so bei allen die in die zukunft gucken so kann man das sagen entweder man drückt so allgemein aus heute wird ein wunderbarer tag und sie werden ein schönes erlebnis haben und ein doofes erlebnis dann kann man ziemlich sicher sein mit so einer aussage wird das auf jeden fall klappen wenn man natürlich dann sagt heute 17 35 schorsch klingelt das ist dann relativ schnell falsifizierbar so als händler sollten wir uns darauf nicht einlassen aber als händler sollten wir ja was machen wir wenn es nicht klingelt haben wir dann ersatzprogramm oder sind wir dann völlig unvorbereitet und haben tausende von euro vorbereitet für ein wunderbares naja was auch immer also ihr seht ich schweife ab aber ihr seht auch wohin das ganze eben führt aus technischer sicht eine andere alternative die ich eigentlich fast noch schöner fände ist wenn der sich jetzt hier tapfer weiter nach unten vorarbeitet und dann könnte man sobald wir diese kiste so mindestens mal rankommen schönerweise auch reingehen dann kann man eben so einen entry trigger nehmen dann sind wir ja auch tief genug gelaufen und selbst wenn er hier nachher sowas macht haben wir mehr zeit zum stop nachziehen weil der rücksetzer einfach tiefer ist beziehungsweise der einstieg dann viel tiefer ist gegenüber diesem typischen komischen seitwärtsbewegungen die wir da haben also ihr seht es macht durchaus mehr sinn wenn auch so ein szenario kommt wenn man die möglichkeit hat tiefer einzusteigen als wenn man so knapp vor diesen hochpunkten und wo dann der wendepunkt zu erwarten ist dann geht das häufig von der gestaltung einfach nicht mehr aus ich kann den stop nicht mehr sinnvoll hinterher ziehen und dann bin ich der mit dem längeren gesicht und das ist dann in so einem fall nicht optimal also angebotswoche möglicherweise geht das die nächsten stunden vielleicht sogar noch ein zwei tage weiter nach unten beim dax das wäre jetzt kein chaos für den bullenmarkt alles in dieser kiste finde ich super insbesondere wenn es korrektiv ist nicht ganz so schön aber im großen sinne immer noch in ordnung wäre jetzt ein bruch unter die 78er die liegt jetzt witzigerweise auf diesem cluster was wir hier haben theoretisch könnte ich das mal raus machen denn das brauchen wir eigentlich nicht mehr das bezog sich auf die möglichen tiefpunkte die wir da vorher hatten ich lösche mal alle linien die wir da jetzt nicht zwingend mehr brauchen aus der vergangenheit also ihr seht alles bis dahin ist sogar im nachträglichen also alle rücksetzer die irgendwo hier runter gehen sind alle wenn sie korrektiv sind und nicht unter die 15.612 gehen immer noch ein bullisches szenario alles darunter würde zumindest mal sagen wir mal bis dahin noch mal die türen offen halten als bullisches szenario aber die letzte killermarke ist nach wie vor die die will ich einfach jetzt im moment nicht sehen die würde das bullische bild dann wirklich massiv erstmal beschädigen im moment sind wir so safe drüber da müssen wir uns darüber vorläufig keine gedanken machen im langfristigen bild so also insofern ich bin bullisch eingestellt der teil hat mir gut gefallen das passt hervorragend mit der vorgeschichte auch mit der korrektur die durchaus hier zu ende sein kann jetzt bitte schön ein bisschen korrektiv hier rein dass wir es ein bisschen günstiger kriegen wer ein bisschen regelmäßiger drauf guckt kann schauen ob wir irgendwo in dieser zone hier ich habe sie eben schon mal genannt ich sage mal so ganz grob 750 bis 900 wenn wir hier irgendwo in diesem bereich eine umkehrkerze sehen oder irgendein anderes szenario was für eine umkehr spricht kann man das natürlich nutzen ihr wisst ich bin kein indikatoren freund wir benutzen sie selten bis gar nicht aber wenn ihr jetzt indikatoren total toll findet und hier vielleicht in diesem bereich eine umkehr dort findet das würde ja wunderbar passen dann wäre das vielleicht eine überlegung wert diese gedanken miteinander zu kombinieren also bullisch ja aber vorläufig sieht es nach der abwärtsrichtung aus ich bin kein großer freund vom zu frühen einstieg die gründe habe ich euch genannt das kann anders kommen aber die chancen dafür sind relativ groß so gucken wir mal auf das was die amerikaner bisher geleistet haben und da haben eine ähnliche situation gehen wir mal erstmal kurz auf den vier stunden chart und dann sehen wir dass wir vom tief vom 10 juli bis 12 juli einen wunderschönen anstieg hatten hier vier stunden chart wir sind ebenfalls nicht dorthin gekommen wo wir hin wollen eigentlich also auch hier steht das noch aus und wenn ich jetzt mal das bild zeichne was wir beim dax eben mal angedeutet haben nämlich a b c runter und dann wieder a b b c hoch und anschließend noch mal runter würde mich das nicht wundern das würde von den größenverhältnissen dann eigentlich hervorragend passen es wäre eine sogenannte seitwärts korrektur das was wir jetzt ja regelmäßig mal besprochen haben also insofern das solltet ihr mit einkalkulieren was bedeutet das jetzt konkret für euch wenn ihr eine handelsentscheidung fällen müsst punkt eins ist wollt ihr diese überleben sollte euer stop auf jeden fall hier unterhalb liegen aus unserer sicht eigentlich bei 34.000 ungefähr 34.014 ist es hier beim future ich weiß einige müssen wollen oder dürfen andere kurse eben benutzen das müsst ihr übertragen es gibt keinen einzelnen allgemeingültigen kurs der für alle immer gleichsam funktioniert ich weiß je nachdem was ihr für konstrukte oder für sachen handeln wollt müsst ihr das entsprechend dann anpassen so aber relativ leicht zu messen tiefster punkt dieser höchste punkt hier vorne 12. juli und dann die 78er marke und wenn ihr die 76 4er nehmt weil viele software eben die 76 4er hat dann ist es in gottes namen halt ein paar punkte höher das macht aber statistisch gesehen kein riesenunterschied wenn ihr jedes mal den etwas anderen nehmt wenn ihr die möglichkeit habt nehmt die 78 6er dann habt ihr das so wie wir so also insofern das als idee wenn das passiert und ihr das überleben wollt muss der stop hier unten drunter also da macht es keinen sinn so halbherzig hier hin weil dann werdet ihr gerade ausgestoppt wenn der kurs dahin kommt wo alles erwarten und dann dreht er das dann wenig sinnvoll aber muss es denn nochmal runter gehen naja muss nicht wir haben ja eben schon gesagt ist durchaus denkbar dass das schon die fertige korrektur ist und wir damit jetzt in der nächsten aufwärtsbewegung sind und diese bereits erste welle zweite welle und jetzt kommt eine dritte das können wir nicht ausschließen nehmen wir mal an ihr wollt die handeln beziehungsweise wenn man genau hinguckt war die schon das war etwas was wir vor dem wochenende angeguckt haben und ich hatte vor dem wochenende mal diese blaue kiste gezeichnet ich kann sie mal ein bisschen in die länge ziehen damit man das ein bisschen genauer sieht da wussten wir natürlich die form noch nicht das war jetzt ja mal meine blaue irgendwie andeutung wie eine korrektur aussehen kann theoretisch hatten wir eine a b c erstmal dann wäre man hier vielleicht schon gerne long dann ging es ja nochmal hoch war überschneidend und runter wer das gesehen hat und gesagt hat naja wir sind zwar ein bisschen unterhalb der blauen kiste aber ist noch in ordnung der ist natürlich an der stelle am zwischenhoch ganz klar long gegangen warum zwischenhoch letzte tief vorletzte tief und das hoch dazwischen das war ein möglicher long einstieg mit erwartungshaltung dass das was wir hier hatten quasi hier hinten nochmal passiert mit also chance dass wir irgendwo auf 34.800 irgendwas hier kommen also ich könnte mit zeigefinger daumen das müsst ihr jetzt nicht so millimeter genau messen aber irgendwie sowas in dieser richtung und wenn ihr das mal so ungefähr abschätzt wo diese linie hier ist oder können es doch machen wir mal das hier weg mein geklär hier schmeißen wir das mal raus und dann machen wir mal die linie auch da drüben rein dann seht ihr bis dahin das ist so ungefähr das szenario und dort oben wird dann entschieden ob der kurs doch das macht oder ob der kurs ebenso marschieren weiter aus meiner sicht ist das ist relevanter dieses szenario aber relevanter heißt nicht dass das zwingend ist also warum ist das relevanter naja weil eigentlich müsste die korrektur hier noch rein das ist halt typischerweise so aber nichts muss alles kann es ist also nicht zwingend dass das passiert wenn ihr also jetzt sagt ich fände es aber blöd dann den zu verpassen und ich bin da vielleicht long dann mein tipp wenn ihr hier in die nähe der 850 kommt also ungefähr der 1 1 zu 1 projektion zieht auf dem einstieg nach oder vielleicht könnt ihr sogar noch ein bisschen höher nachziehen wenn es wirklich weiter läuft dann freut ihr euch wahnsinnig dass ihr hier günstig eingekommen reingekommen seid wenn der kurs nochmal hier runter kommt sagt okay schließt halt vorsichtshalber plus minus null aber eine chance war es wert denn meine mindesterwartung ist schub hoch korrektiv runter ja sowieso erstmal dass wir irgendwo in die nähe kommen das muss nicht exakt die gleiche länge sein es kann auch weniger lang sein aber je weiter ihr euch dem nähert desto eher solltet ihr dann auch gewillt sein in stop dann entsprechend abzunehmen gültig also insofern ich mache das nochmal einmal groß so ungefähr die zielerwartung die 1 zu 1 wie gesagt macht es in eurem persönlichen chart mit zeigefinger daumen wenn ihr es gerade nicht zeigen wollt es geht nur darum dass ihr eine größenordnung hat das ist jetzt keine raketenwissenschaft im sinne von das muss in 99 zwei dritte prozent aller fälle genauso passieren aber das sind orientierungspunkte die die märkte sehr sehr gerne und sehr regelmäßig eben ansteuern und dementsprechend 34.870 beim future markt was wir hier haben so also insofern da sollten wir in der nähe des einstiegs sein oder im plus ihr könnt natürlich auch sagen ihr guckt dass ihr irgendwie eine andere mechanik das könnte zum beispiel irgendwie sowas sein wir erwarten ja eine trendbewegung und ihr könnt immer vergleichen wie war das denn vorher in trendbewegung guckt euch mal an theoretisch im 15 minuten chart vielleicht sogar eine stufe zu eng hier in dem fall hat es ganz gut funktioniert also wenn das ähnlich ist dann ist also ganz schlecht ist 15 minuten nicht denn ihr wartet ja hier hinten was ähnliches wie hier hier war es ganz okay dann müsste das sind auch der war okay der war okay nur ihr werdet so ein gesamtarm nicht damit überleben dafür ist der zu eng passiert hier also ihr das müsst ihr gar nicht raten das seht ihr ja dass das nicht funktioniert so das heißt wenn ich so einen gesamten arm handeln will dann braucht ihr eben ein bisschen mehr abstand zum beispiel hier auf stundenebene habt ihr automatisch mehr abstand und ihr könnt längere stücke stücke eben überleben der bewegung allerdings ist das doch dann natürlich auch ein bisschen weiter weg das ist dann der nachteil den ihr dann gegebenenfalls eingehen das ist an der börse so deshalb heißt es trading weil es ein permanentes trade-off von wahrscheinlichkeiten und gewinnen eben bedeutet beziehungsweise von gewinn und risiken eben bedeutet also diese anpassung die ist eben bestandteil dessen was wir als händler eben vornehmen müssen so also insofern die erwartungshaltung ist positiv ist gut müssen wir uns also im moment keine gedanken machen mit rücksetzer oder ohne die größenordnung habe ich euch in etwa genannt das ist bei den anderen kollegen auch nicht großartig anders ich gehe mal hier auf den kürzerfristigen chart dann können wir hier mal gucken wie es hier entsprechend aussieht auch hier bin ich der meinung sind wir auf einer aufwärtsbewegung mit eben noch mal eine restchance dass es tatsächlich noch mal einmal runter geht der gedanke wäre im prinzip das nochmal aber damit können wir in etwa auch abschätzen ich mache es noch mal eine nummer genauer damit können wir in etwa abschätzen wo falls wir etwas langsamer unterwegs sind die stops liegen 4500 110 also 4510 oder 4500 wäre jetzt wenn das so einigermaßen so eine eins zu eins kiste ist weit genug weg da muss man dann also nicht unbedingt sorgen haben dafür im moment geht der kurs allerdings so schön nach oben dass ich gegebenenfalls auch gerne auf korrektive rücksetzer warte und deshalb gehen wir mal einmal noch in fünf minuten chart und gucken uns das noch mal für die nachmittagsfreunde an diese bewegung macht einen sehr guten eindruck ihr könnt euch ausmalen auf was ich jetzt warte nicht angebotswochen weil wir im fünf minuten chart sind angebotsstunde ja dass der kurs noch mal korrektiv runter kommt wann auch immer er das tut früher oder später wird er das tun wenn er das tut dann soll er das doch bitte schön in meine lieblings kiste machen in diese blaue kiste dann haben wir eine seite die stark ist aufwärts eine seite die schwache ist abwärts und dann haben wir eine idee zwischen hoch nutzen für die starke richtung noch mal fortsetzen mit erwartungshaltung dass das noch mal weiter geht versucht das überlegt euch mal ob ihr mit diesem ansatz einigermaßen warm werdet grundsätzlich seht ihr das immer wieder ist es mal deutlicher mal weniger deutlich zu sehen im chart ihr seht dass das auch auf ganz kleinen ebenen der fall ist hier habt ihr zum beispiel eine sehr scharfe abwärtsseite eine wackelige aufwärtsseite das ist mit sicherheit in der mittelzone und die erwartungshaltung dass das was wir da haben noch mal kommt plus x das kann also noch weiter sein da könnt ihr nachziehen oder ihr könnt auch eine gewinnmitnahme machen aber wenn ihr eine seite relativ stark habt und dann eine gegenseite relativ wackelig dann ist es sehr realistisch dass die starke seite sich noch mal fortsetzt wenn es die erste ist dass die dritte sich sozusagen dann noch mal fortsetzt das ist eine gute orientierungshilfe wenn ihr euch jetzt wundert erstens das war nachthandel das war vielleicht nicht so schön zu sehen dann und ich finde ich jetzt den einstieg nicht so so easy aber mir geht es jetzt um das grundprinzip wie dieses verhaltensmuster ist also das jetzt kein schönes trading beispiel sondern es geht nur darum dass das mit der größenordnung so mit dieser idee mit starker bewegung schwache bewegung dass das so ein bisschen nachvollziehbar ist ja in diesem sinne wünsche ich euch jetzt für den wochenanfang erstmal toi 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 dass ihr welche ausprägung ach so nie wir haben den nasdaq noch gar nicht angeguckt den müssen wir auch noch sonst kriege ich geschimpft warum hast du über den nix gesagt ja auch hier gilt noch dass wir diesen rücksetzer ich habe ihn aber ein bisschen ausgeblendet schon das ist nicht mehr mein lieblingsszenario aber es ist noch ein mögliches szenario das will ich nicht komplett ausschließen aber wer hier an der stelle wir haben da mehrmals darüber gesprochen hat long gegangen ist content stop hier hinterher ziehen kann auch andere varianten des stop nachziehen ist jetzt hier schon hinterher ziehen also insofern wer drin bleiben will der sollte es ein bisschen weiter weg setzen also idealerweise sollte der kurs nicht mehr hier überschneiden inzwischen beispielsweise man kann es auch noch mal orientieren an dieser rücksetzer größe die wir hier hatten also da seht ihr das wäre ziemlich genau bei 15.000 naja 488 das ist quasi diese länge noch mehr hier runter gemessen die sollte er dann nicht mehr ich mache es mal einmal groß nicht mehr wirklich idealerweise unterschreiten zumindest aber auch nicht mehr hier also wenn er nehmen wir mal er macht jetzt so eine größenordnung hier hinten nochmal das darf er ja wären wir immer noch überschneidungsfrei weil der höher ist also insofern stop wäre aus meiner sicht inzwischen wir hatten ursprünglich gesagt mal nachziehen mindestens auf dem einstieg wer aussitzen möchte und hofft auf mehr gewinne wäre das im prinzip auf diese höhe nachziehen ja das letzte zwischenhoch das war am 5 juli 16 uhr ungefähr 15.430 in etwa also das gibt es nicht so viele zwischenhochs dieser art guckt euch das verlaufsmuster an also nicht dieses hier sondern dieses hier ja also eigentlich das absolut hoch das ist ein zwischenhoch das absolute hoch dieses anstiegs nach diesem tief am 26. oder wann das war ja alles was oberhalb ist ist gut entweder also jetzt engere stops können wir noch mal gucken das könnte super trend sein der parabolik in der vier stunden variante der ist schon hier raus der hat gesagt komm wir haben unseren spaß gehabt wir schließen hier also dann wäre man hier raus geflogen aus der geschichte da eingestiegen da raus gewinne mitgenommen jetzt kann es dann egal sein ob er das oder das macht was von den beiden kommt ich weiß es nicht und da wir jetzt schon so korrektiv angefangen haben wenn ich es eigentlich gar nicht so abwegig dass wir noch mal eine korrektur hier kriegen halte ich für überaus normal oder sinnvoll also insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht wenn man da schon raus ist oder geschlossen hat was ich immer gut finde was wir sehr häufig machen ist wir haben immer eine enge variante da freut man sich über den gewinn schnell und eine weite variante falls er dann weiter läuft dann hat man immer noch ein bisschen eisen im feuer allerdings muss man wissen es kann natürlich sein dass die weite variante dann nahe des einstiegs vielleicht wieder ausgestoppt wird dann hat man keinen vorteil dadurch gab er besser da oben raus also diese wenn ihr zwei verschiedene varianten für die gewinnmitnahme oder für den stopp wählt das eine meistens suboptimal aber dafür ist die andere meistens gar nicht so schlecht also insofern irgendein nachteil ist immer da müsst ihr eben gucken ob ihr das wo ihr oder wie ihr die gestaltung da vornehmen wollt so in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute toi 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 für die eigene umsetzung vielleicht noch ein ganz abschließender blick fünf minuten chart gefällt mir nicht so gut hier ihr seht diesen rücksetzer ihr den seht den hier klar der ist so schnell wieder wettgemacht worden aber es ist halt ein rücksetzer der überschneidet also ich habe beim nasdaq nicht so ein tolles gefühl und dementsprechend glaube ich auch nicht dass der s&p jetzt direkt durch startet ich kann mir gut vorstellen dass so ein bisschen rücksetzer dem markt eigentlich nicht schlecht täte also angebotswoche könnte sich auch auf den amerikanischen markt ein bisschen ausweiten so in diesem sinne euch alles gute und liebe grüße